Ich setze mich für die Burgenländerinnen und Burgenländer, für die Menschen im Bezirk Neuseel am See für die kommenden Landtagswahlen im Jänner dieses Jahres ein. Aufgrund meiner 14-jährigen Erfahrung im Parlament denke ich, dass ich sehr viel Positives für die Menschen im Bezirk Neuseel am See leisten kann. Schätzte Wählerinnen und Wähler, ich ersuche Sie, mich mit einer Vorzugsstimme zu unterstützen, damit ich aufgrund meiner Erfahrung im Parlament mich auch positiv für alle Lebensbereiche der Menschen im Bezirk, in unseren Gemeinden, im Bezirk Neuseel am See einsetzen kann. Darum ersuche ich Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017